Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim und ich suche noch ein bisschen Vulkanglaspfeile, wenn ich die habe. Auf jeden Fall haben wir letztes Mal diesen komischen Herrscher hier besiegt, der uns ganz schön eingeheizt hat, was ich nicht gedacht hätte und fast nicht so gut war. Aber immerhin haben wir ihn besiegt und ich zitter immer noch, was ich jetzt so richtig spüre. Also ich hatte gerade richtig zitternde Hände. Naja. Aua. Lieber mal hinsetzen. Und speichern würde ich sagen. Denn ich möchte das auf gar keinen Fall nochmal neu spielen. Okay. Jetzt wieder Rätsel. Ich mag es nicht. Aber immerhin sehe ich jetzt hier die Hitze. Aha. Guck mal. Schlange. Heißt Schlange. Perfekt. Und dann der Fisch. Och ne. Und Adler. So. 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 Fisch. Fischadler. Nein. Okay. Warte mal. So. Dann drehen die beiden sich. Jetzt stehen die so. Mal drehen sich alle. Nein. Nicht den. Nicht jetzt den drehen. Der dreht gar nichts. Der dreht die beiden. Und das bedeutet ich muss zuerst den drehen. Dann muss ich den drehen. Dann den. Und dann. Zum Schluss. Den. Ja man. Geschafft. Juhu. Speichern. Immer wieder speichern. Ja. So. Ich glaube das ist auch das erste Mal. Da steht ich Skyrim im Spiel. Seitdem ich. Wartet mein Junge. Wartet. Ich dachte es sei höchste Zeit. Dass ich wieder zu euch stoße. Wo kommst du plötzlich her? Seid bereit euch zu verteidigen. Ja. Ja natürlich. Aber. Juhu. Kann ich mir vielleicht ein bisschen Leben machen. Anfälligkeit. Frost. Gesundheit wiederherstellen. Okay. Ja. Ich müsste dann erstmal ähm. Nochmal. Ein paar Objekte essen. Knoblauch. Giftresistenz. Gut. Oh das ist nicht so gut. Okay. Schade. Ah. Ja dann benutze ich mal das Alchemie Labor und ähm. Mach einen. Magierresistenz. Feinster. So. Alchemie beenden. Ja. Perfekt. So. Da haben wir noch ein bisschen Gold. Noch ein bisschen Stärke. Hier sollte man nicht mit drauf laufen. Ich finde es. Ich glaube es ist super wenn ich diesen. ein Dingster nehme. Verteidigung. Dass man keine Fallplatten mehr auslöst. Das wäre glaube ich. Perfekt für mich. So. In die nächste Halle. Oh. Also so etwas. Nun seht euch das an. Ich hätte mir nie träubt. Was? Nein. Nicht gut. Ah. Nichts scheint zu funktionieren. Haltet es beschäftigt. Ich versuche. Ihm etwas von seiner Kraft zu entziehen. Okay. Da. Nun greift es an. Oh. Ja super. Dass ich jetzt nur noch so sau wenig. Zeug habe. Böse. Aua. Nicht gut. Gar nicht gut. Stopp. Böse. Einmal zaubert. Trunk. Dann. Das. Und. Das. Hallo. Stopp. Oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Wir gehen in das in die andere Hand. Ha. Nicht gut. Ich habe Caps Lock getobt. Gar nicht gut. Haben wir noch irgendwo einen Zauberstang der starken Heidung. Perfekt. Geschafft. Dominated. Boom. Versiegung. Das ist ja wirklich einzigartig. Nein das bist du nicht. Das ist einfach faszinierend. Ja. Hab dir was zu verkaufen. Zauber und Beschwörungen für jene die sie anwenden können. Ich wollte eigentlich. Ich wollte eigentlich. Ja. Okay. Ähm. Erstmal. Ein bisschen was. Verkaufen. Ausdauer. Verzauberter Ring. steigert die Ausdauer. Das war glaube ich ein Fehler. Egal. Äh. Was ist das für mich? Ich habe keine Ahnung. Das ist erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Ja lass mich doch das Ding sehen. Der Erzmagier muss sofort informiert werden. Das muss er mit eigenen Augen sehen. Ich wage es nicht das hier unbeaufsichtigt zu lassen. Könnt ihr zur Akademie zurückkehren und Savos Ahren von dieser Entdeckung unterrichten? Bitte beeilt euch. Natürlich. Als erstes müssen wir hier ein bisschen was mitnehmen. Okay. Gut dass er mich nicht angreift. Immerhin etwas. Das ist das erste Mal glaube ich dass ich hier Skyrim mit meiner neuen Grafikkarte anspiele. Äh bespiele. Und äh. Es läuft mit Fraps auf 60 Frames. Also man kann sich nicht beschweren. Problem ist nur immer dass halt Fraps nur die doppelte Framezahl oder die eigentliche Framezahl benutzen kann. und äh naja geht es hin und wieder mal auf 30 runter. Aber das kann man verkraften. Aber so jetzt auf 60 Frames sind wir Dungeon gar nicht mal schlecht. Das Problem ist nur ich sollte mal speichern. Und ich habe keine Heiltränke mehr. Also ähm ich brauche dringend Sachen für die Alchemie. Oder irgendwelche anderen Sachen. Denn sonst macht das keinen Sinn mehr dass ich weiterspiele mit den Sachen die ich jetzt habe. Oh. Was war das? Ich hoffe nichts gefährliches. vielleicht muss ich mir hier irgendwo ziehen. Wir hätten auf der anderen Seite rausgemusst. Juhu. Noch mal zurücklaufen. Na ja. Geht doch ein bisschen schneller. Also ich habe zumindest das Gefühl dass die Ladezeiten kürzer sind als vorher. Immerhin eine kleine Tröstung. Ich bin froh dass ich das Spiel nicht auf äh sowas wie der Playstation 3 spielen müsste. Ich kann nur da sagen da gab es ähm da haben die irgendwie Ladezeiten mit 70 Sekunden angegeben oder sowas. Wo bin ich denn jetzt hingelaufen? Hallo? Hier geht's rein. Ah hier geht's weiter. Gut 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 gut. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ja. Perfekto. Ich sollte vielleicht gleich mal gucken was es mit dem Stab auf sich hat. Und wie wir hier rauskommen. Seid bereit euch zu verteid. Natürlich kommen wir da hinten raus. Wieso denn auch nicht? ein Wort der Macht gelernt. Perfekt. Zwergenbogen. Cool. Elfenschild. Noch cooler. Okay. Da war einiger geiler Shit drinne. Müssen wir unbedingt gleich mal angucken. Unbedingt. Ich bin Das war... Das war wahrscheinlich nicht gut. Ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube, ja. Wir laufen hier, wenn wir zurück. Hmm. Wir müssen hier entlang. Ja. Zack. Ausgabungsstätte. Magie. Ich habe jetzt mein Amulett nicht an. Objekte. Doch. Amulett von Sartal habe ich an. 20 Lebenspunkte. Das Elfen schildert 31 Rüstung. Boah, wie viel geil. So. Ah, guck mal. Ich hätte mal so einen kleinen Griff, den man drehen konnte. Okay, also ich benutze ab jetzt das Elfenschild. Und dann gucke ich mir jetzt nochmal die anderen Sachen an. Bevor ich eine Schnellreise mache. Objekte. So. Ich habe... Irgendwas da. Oh mein Gott. 25 Schaden. Ich sollte das vielleicht besser entzaubern. Wow. Das ist ein Drache. Nicht gut. Ich möchte eigentlich Schnellreise machen. Äh. Elfkarte. Objekte. Nicht gut. Gar nicht gut. Objekte. Objekte. Einfach. Laufen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das sind vier fucking Stück. Vier verdammte Scheißtypen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Haha. Aber wieibility. Ich bin dasßerチ neuralnamed nigga. Das macht einen Satz- Wie eine Ahіт. Ja gleich-....